Herzlich Willkommen zurück in der Magier-Gilde von The Elder Scrolls Online. Ich kann sie spüren. Ja, die Aura um euch strahlt vor Glück. Ihr werdet diejenige sein, die mir beim Abschluss meiner letzten Aufgabe helfen wird. Warum ich? Was ich zu erreichen hoffe, ist schwierig. Vielleicht unmöglich. Es wird außerordentliche Geistesstärke erfordern. Ich spüre diese Stärke in euch. Das hat uns in den Ruinen zusammengeführt. Was ist das für eine Aufgabe? Ein Sturm zieht in unsere Richtung auf, Adeptin. Krieg ist über Tamriel gekommen und die Magier dieser großen Gilde brauchen eine Unterkunft. Ich habe vor, ihnen einen sicheren Unterschlupf zu bieten. Eine Zuflucht, in der sie in Frieden lernen können. Wie erschaffen wir diese Zuflucht? Ich habe diesen Rückzugsort vor Jahrhunderten erschaffen. Er wurde mir von den Dienern des Chaos entrissen und auf magischem Wege auf die Schauderinseln gebracht. Um die Insel zu bergen, müssen wir vier mächtige und verborgene Folianten finden. Von eben dieser Aufgabe spreche ich. Wo sind diese Folianten? Sie werden an einem Ort namens Käsekrämerkerbe festgehalten. Es ist ein Reich des verrückten Gottes Sheogorath. So, ich stehe euch bei, Shalidor. Wundert euch nicht, dass ich zwischendurch hin und wieder mal einen Screenshot mache, weil die brauche ich leider, um die Thumbnails zu erstellen? Seid vorsichtig. Sheogorath darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe meine Zuflucht wegen seiner flinken Zunge und seinem irren Blick verloren. Um mein Erbe zu bewahren. Auch wenn diese Gilde nach meiner Zeit kam, so habe ich in meinem Leben viel erreicht. Ich habe Schulen der Magie gegründet, den Bau des großen Labyrinths überwacht und meinen Zauberspiegel in die Schlacht getragen. Und ihr glaubt, dass der Krieg all dies ungeschehen machen könnte? Ich weiß es. Ich habe mächtige Verzauberungen auf meine letzte Ruhestätte gelegt. Wenn mein Erbe bedroht wird, dann werde ich aus Ätherius zurückgerufen. Meine Anwesenheit ist Beweis genug. Der Krieg der drei Banner ist eine Bedrohung für jeden Magier in Tamriel. Wie habt ihr diese Zuflucht verloren? Ich verschwende meine Zeit nicht damit, seine Possen nachzuerzählen. Belassen wir es dabei, dass er mich in das Licht geführt hat. Wetten wurden abgeschlossen, Wetten wurden verloren. Und meine Zuflucht, Augwea, wurde in sein Reich gerissen, unter dem Geheul meiner Lehrlinge. Wer ist Sheogorath? Er ist als Dädrischer Fürst des Wahnsinns bekannt. Der verrückte Gott. Die Dunmeer halten ihn für eine der vier Säulen des Hauses der Unruhe. Und diesen Titel hat er sich tausendfach verdient. Ist er wirklich eine Bedrohung? Es klingt eher nach einer Art Scherz. Nehmt ihn nicht auf die leichte Schulter. Der Wahnsinn hat viele Formen. Sheogorath umfasst sie alle. Er regiert die Schauderinseln. Doch allzu oft zeigt er ein aktives Interesse an unserer Welt. Das endet meist nicht gut. Werde ich wirklich an einen Ort gehen, der die Käsekrämerkerbe heißt? Ja, nur ein Beispiel für Sheogoraths Humor. Es gibt Leute, die seinen Wahnsinn amüsant finden. Ich gehöre nicht zu denen. Der verrückte Gott könnte euch ebenso gut einen wohlgereiften Käse servieren, wie er euch die Haut abziehen könnte. Denkt daran. So, hier sammle ich auch mal wieder... Nicht alles, aber alles, was ich brauche, ein, was hier so rumsteht, bevor ich mit ihm spreche. Hier ist normalerweise immer ein schwerer Sack zu finden. Und noch das Buch Käsesorten Tamriels. Nun, was wollt ihr? Ihr seid zweifellos aus einem edlen Grund hier. Ich bin im Auftrag von Erzmagier Shalidor hier. Ich wurde losgeschickt, um ein paar Bücher zurückzuholen. Zauberbücher? Wie langweilig. Da trifft es sich, dass ich derzeit besonders großzügig bin. Ich werde euch eintreten lassen. Danach... Wonach? Nach einer Prüfung eurer Entschlossenheit. Das ist keine Leihbücherei. Wenn ihr die Zaubersprüche wollt, müsst ihr sie euch verdienen. Ein Portal hat sich geöffnet, gleich hinter euch. Schließt es und ich lasse euch durch. Ich bin bereit. Schließt das Portal, wenn ihr könnt. Obwohl ihr euch vorher vielleicht um dieses Garten kümmern solltet. Ich bin bereit. So, wir schauen aber vorher nochmal eben wegen unserer Ausrüstung, weil wir schon längere Zeit nichts mehr getauscht haben. Ahorn starb der... das ist ein Froststab. Das ist natürlich nicht so toll. So, die können wir auf jeden Fall mal eben ausrüsten, mal eben tauschen. Für den Kopf hatten wir noch gar nichts drin. Flammenstab, der ist ein wenig besser. Naja, die Magie und Waffenkraft wird dadurch leider nicht so viel erhöht. Und der andere ist lehrend. Da würde ich eigentlich schon gerne noch ein bisschen warten. Da haben wir nochmal einen Froststab. Den können wir jetzt noch nicht tauschen. Oh, ich sehe gerade. Ich habe etwas bekommen, was ich mit meiner Mail noch nicht gelernt habe. Das können wir mal eben öffnen. Da haben wir nur Sachen, die dann direkt in den Handwerksbeutel gehen. So, das ist auch nicht besser. Das ist zweimal Magiker. Okay, das Leben würde dann natürlich runtergehen. Aber wir haben halt mehr Magiker. Das heißt, ich wäre dafür, dass wir den anziehen und den anderen dann auch anziehen. Dass wir die einmal tauschen. Dadurch geht zwar das Leben ein bisschen runter, aber die Magiker erhöht sich auf jeden Fall. Achso, ups. Moment, ich warte zu schnell. Nein, danke. Ich bin nur wegen der Bücher hier. Vielen Dank, Kaskil. Ich werde die Tür für euch öffnen. Oh, und passt auf die Skampen auf. Die kleinen Kobolde lieben einfach frisches Fleisch. Sie sind so kindisch. In Ordnung. Hier entlang. Ja, leider kann man solche Sachen nicht skippen, also nicht abkürzen. Und versucht bitte nicht alles durcheinander zu bringen. Ich bringe nichts durcheinander. Ich töte nur. Viel Spaß auf eurem Abenteuer. Ich bin so froh, dass wir diese Zeit zusammen hatten. Für eine Unterhaltung dieses Kalibers muss man gewöhnlich zu einer öffentlichen Hinrichtung gehen. Wo bin ich hier? Nur einer der vielen Schreine für meinen Herrn. Der gemeine Pöbel nennt ihn die Käsekrämerkerbe. Schiogorath mag diesen Ort, auch wenn er ihm nur selten die Ehre seiner Anwesenheit erweist. Wer seid ihr? Ich bin Fürst Schiogoraths Haushofmeister. Ich kümmere mich in der Abwesenheit meines Herrn um seine Angelegenheiten und die Schauderinseln. Die Schauderinseln? Das ist offen. So, hier habe ich mir irgendwann mal so einen Weg zurechtgelegt, wie ich da am schnellsten durchkomme, weil ich keine Lust hatte, mich immer wieder durchzukämpfen mit neuen Schaas. Hier sollte man auch immer mal aufpassen. Hier könnte schon mal ein schwerer Sack drin sein. Sieh mal, Welpi! Jemand zum Spielen! Welpi mag euch nicht! Kein Thema. Ich mag Welpi auch nicht. So, dann nehmen wir hier den ersten Folianten. Also es ist eigentlich egal, welchen er nimmt. Das kommt das gleiche raus, wie der Quama seine Schuhe verlor. Ich bin hier, um vier Folianten für Schalidor zu besorgen. Schalidor! Dieser aufgeblasene Nord und ich kennen uns schon ein ganzes Weilchen. Ich weiß, was er will. Oh ja, das weiß ich. Seine Insel! Er will sich seine Insel zurückstehlen! Ohohohoho! Oh, wie sehr ich Herausforderungen liebe! In Ordnung. Da werde ich sie einfach mitnehmen. Wo bleibt denn da der Spaß? Ich sage euch was. Ich gebe euch ein Buch. Im Austausch für euer Herz? Oder eure Lungen? Eure Entscheidung? Nein, wartet! Ich habe eine bessere Idee. Wir machen einen Wettstreit. Ein Wettstreit gehüllt in ein Geheimnis mit einem Rätsel als Glasur. Was das für ein Spaß wird! Was für ein Wettstreit! Ein paar Aufgaben. Die eine oder andere Todesfalle. Nichts wirklich schwieriges wie, sagen wir mal, das Zusammensetzen des Stabs des Chaos. Oder den Neubau des Numidiums. Nehmt das erste Buch. Welpenmörder. Und ich gebe euch ein weiteres Buch für jede Prüfung, die ihr besteht. Seid ihr bereit? Ich schätze, wir sind im Geschäft. Ausgezeichnet! Käse und Kohl für alle! Aber halt! Wir sollten Schalidörchen über unsere Abmachung informieren. Mit ein bisschen Glück stirbt er gleich noch einmal. Und zwar vor Scham. Ich bin mir nicht sicher, ob das so klappt. Ich kann es gar nicht abwarten, sein Gesicht zu sehen. Wenn es wertvoll genug ist, hänge ich es vielleicht an die Wand. Was hat das zu bedeuten? Und keine Angst. Auch für euch habe ich ein... Ich habe diese Bücher mit einem kleinen Fluch belegt. Nur mit einem klitzekleinen. Ich fasse mich kurz, Schali. Ihr werdet diese Bücher niemals leben. Seid verflucht, verrückter Gott! Wie langweilig! Seid ein wenig kreativer, Schali. Wie wäre es mit... Seid verflucht, verrückter Gott! Mögt ihr euch in einen Käse verwandeln, an dem in alle Ewigkeitsgeber herumnagen? Leider fehlt mir die Zeit für noch mehr konstruktive Kritik. Wir bleiben mit guter Halt. Verflucht sei der verrückte Gott! Ich weiß nicht, welches Spiel er mit euch spielt, aber ich kenne den Einsatz. Wenigstens haben wir einen Folianten. Das ist wahr. Doch ohne meine Hilfe wird Valaste deutlich länger für die Übersetzung brauchen. Ich würde gerne zurückkehren und ihr die schlechten Neuigkeiten mitteilen. Ich werde es ihr sagen. Dann schicke ich euch mal zurück nach Tamriel. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Hier drüben! Wir beide haben viel zu besprechen. Ihr strahlt eine Aura der Kraft aus. Heißt das, ihr habt die Bücher? Nur eines. Sheogorath wird uns zu Prüfungen nötigen, um die anderen zu bekommen. Prüfungen? Nun, das ist ein Anfang. Schätze ich zumindest. Was ist mit Charlydor? Ihn hat es in einem grellen Blitz von hier fortgerissen. Sheogorath hat ihn beschworen. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich mache mich sofort an die Übersetzung. Aber ich hoffe, dass Charlydor zurückkehrt, um zu helfen. Sheogorath hat den Folianten verflucht. Charlydor kann ihn nicht lesen. Sags ist Hinterteil. Dann wird das hier eine ganze Weile dauern. Schaut gelegentlich in der Gildenhalle vorbei. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich fertig bin. Das werde ich. Haltet in der Zwischenzeit auf euren Reisen die Augen offen. Es gibt viele verlorene Folianten, die über ganz Tamriel verstreut sind. Wer weiß. Jedes dieser Bücher könnte uns dabei helfen, Charlydors verlorene Inselzuflucht wiederherzustellen. So, und wir haben eine Glüh für der Magikar bekommen und ein Amulett von Aukvea. Entschuldigt mich. Ich muss mit dieser Übersetzung beginnen. Diese Runen faszinierend. Valaste, was Sheogorath angeht. Schrecklich, nicht wahr? Den Dickschädel und die Aufmerksamkeitsspanne eines Kindes, aber die Macht eines dätrischen Fürsten. Ist der immer so? Nun, versucht mal, das Positive zu sehen. Ihr steht wenigstens noch auf zwei Beinen. Ihr seid nicht umgekrempelt oder strahlend purpurn eingefärbt oder mit neuen, zornig zuckenden Gliedmaßen versehen worden. Es könnte schlimmer sein. Ja, und damit haben wir auch schon wieder ein Level abbekommen. Dann würde ich natürlich sagen, dass ich den Flammenstab des Propheten nehme. Und wir haben auch einen Fertigkeitspunkt erhalten. Dazu muss ich sagen, jedes Mal, während wir in der Zuflucht sind oder in einer der Gilden, also sprich Magiergilde, Kriegergilde und so weiter und wir da etwas erfolgreich abgeschlossen haben, dann bekommen wir einen Fertigkeitspunkt hinzu. So, ich stelle mich hier mal so ein bisschen abseits in der Hoffnung, dass die mich dann nicht die ganze Zeit dumm anlabern im Hintergrund. Ja, ich würde sagen, dass ich mich dann erstmal für heute von euch verabschiede. Da das Ganze doch ziemlich lange jetzt gedauert hat, denke ich, werde ich das wohl in zwei Folgen rausbringen. In der nächsten Folge habe ich vor, mit der Kriegergilde anzufangen. Dass wir da auf jeden Fall schon mal die Fertigkeitslinie auch erhalten, weil die auch nicht so unwichtig ist. Also sie ist nicht so wichtig für uns jetzt als Magier, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Ausdauer spielt, dann solltet ihr auf jeden Fall die Kriegergilde direkt am Anfang freischalten. Kleiner Tipp noch am Rande, wenn wir die Magiergilde haben, so wie jetzt, also dass wir die einmal angenommen haben, habe ich ja schon gesagt, wir leveln dadurch, dass wir neue Bücher finden. Ich meine, es sind immer fünf Punkte pro Buch, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ihr hier das Ganze hochgelevelt habt, dass ihr 70 Punkte habt, also sprich auf Level 2 gekommen seid, dann erst könnt ihr die nächste Quest wieder annehmen von der Magiergilde. Das heißt, ihr müsst wirklich fleißig, fleißig Bücher sammeln, um dadurch die Magiergilde hochzuleveln und dann letztendlich auch wieder eine normale Quest hier während der Magiergilde, also innerhalb der Magiergilde spielen zu können. Weil sonst, ohne dass ihr Bücher sammelt, kommt ihr leider nicht weiter. Es gibt noch eine tägliche Daily, die ihr machen könnt, aber da erhaltet ihr auch nicht so wirklich viele Punkte. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal für diese Folge von euch und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao! Ciao! Ciao!